Was machst du da? Hey, das ist Alex. Wir machen richtig viel Unsinn auf der Arbeit. Sorry, du Model. Aber wir arbeiten auch schon mal an richtig geilen Technologien zusammen. Für unser Team suchen wir noch junge, motivierte IT-Fachkräfte. Wenn du also Bock auf eine lockere Arbeitsatmosphäre und interessante Projekte hast, klick doch einfach mal rein. Bis zum nächsten Mal.